Folge 118 Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Dies ist in zweifacher Hinsicht eine besondere Episode für mich. Erst einmal möchte ich eine sehr persönliche Nachricht mit dir teilen und zweitens die für mich mittlerweile wichtigste Frage eines menschlichen Lebens. Ich wünsche dir wie immer erhellende Erkenntnisse und viel Freude beim Hören. Danke, dass du diese Episode hörst. Ich beginne heute anders als sonst mit einer persönlichen Nachricht. Ich möchte mich nämlich von dir verabschieden. Und bevor du jetzt einen Schreck bekommst, nicht für immer, sondern für einen Monat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum muss er das mit dir teilen? Weil es für mich etwas wirklich Besonderes ist. Schau, ich arbeite jetzt seit 25 Jahren in einem Job, den ich über alles liebe. Ich brenne leidenschaftlich für die Themen, die ich in meinen Büchern, Seminaren oder auch hier in dem Podcast bearbeite. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren gemerkt, es ist Zeit, mal wirklich rauszugehen. Und deswegen werde ich mich jetzt für einen Monat lang aus allem zurückziehen. Entstanden ist die Idee vor circa drei Monaten, als ich mit meiner Liebsten eine Woche Urlaub hatte und wir uns beide gefragt haben, was wäre denn für uns beide wirklich ein Riesenschritt heraus aus unserer Komfortzone. Und vor allen Dingen ein Schritt, den unsere Seele wirklich feiern würde. Und dann kam fast wie aus der Pistole geschossen. Wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich total gern mal einen Monat die Klappe halten. Einen Monat nicht posten. Einen Monat keine Podcast-Episode aufnehmen. Einen Monat kein Coaching-Video einspielen. Einen Monat lang nicht Bescheid wissen müssen. Einfach nur lauschen. Und das gönne ich mir jetzt. Das heißt, wenn du diese Episode hörst, bin ich sehr wahrscheinlich schon weg. Ich komme im Ende Dezember wieder. Aber ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um mich bei dir zu bedanken. Ich weiß nicht, die wievielte Episode das bereits ist für dich. Vielleicht bist du ganz neu dabei. Vielleicht schon länger. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich die erste Podcast-Episode eingespielt habe. Das war damals, bin ich ganz ehrlich, mehr oder weniger widerwillig. Ich hatte eh relativ wenig Zeit. Und ein paar von meinen guten Freunden haben mich gedrängelt und haben gesagt, hey, Fight, Podcast, Podcast muss sein. Also habe ich gesagt, okay, wage ich das Experiment. Und ich muss sagen, es macht mir so viel Spaß. Und dieser Spaß hat nicht nur etwas mit dem Senden zu tun, sondern mit der Erfahrung von euch, ganz viel zurückzubekommen. Viele von euch schreiben mir, was ihnen der Podcast bedeutet. Manchen von euch begegne ich zum Beispiel meinen Vorträgen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt abzwitschere und vom Radar verschwinde, nutze ich die Gelegenheit, dir zu sagen, ey, du bist mindestens genauso wichtig in meinem Leben. Für mich ist diese Arbeit niemals eine Einbahnstraße gewesen. Erstmal, ich höre mir jedes Mal, wenn ich so eine Episode einspiele, selbst zu und frage mich natürlich, wo lebe ich das noch nicht? Wo besteht meine Herausforderung in diesem Thema? Und gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meiner Tonkabine sitze, mit geschlossenen Augen, stelle ich mir immer euch vor. Wer jetzt vielleicht gerade auf dem Laufband steht oder dieses Audio im Auto hört oder beim Spazierengehen. Ich stelle mir ganz normale Menschen vor. Menschen, die in ihrem Alltag Helden und Heldinnen sind, die so viel zu bewerkstelligen haben und die sich die Zeit nehmen. Und das ist für mich wirklich ein Riesengeschenk. Diese kostbare Lebenszeit nehmen, um mir zuzuhören. Und ich möchte dir gerne sagen, das macht in meinem Leben wirklich einen Riesenunterschied aus. Wir erschaffen einander. Indem du das jetzt gerade hörst. Indem du dem, was ich mit dir teile, eine Chance gibst, dich zu berühren, verändert sich dein Feld. Und positiv gehofft, verändert sich auch dein Denken, dein Fühlen, dein Verhalten. Verändern sich deine Beziehungen. Und all das schlägt Wellen. Positive Wellen, die auf irgendeinem Weg indirekt oder direkt zu mir zurückkehren. Wenn ich eins weiß, nach 25 Jahren Arbeit mit Menschen und intensiver Meditation, dann, dass wir alle auf vielen, vielen Kanälen sichtbar und unsichtbar miteinander verbunden sind. Und das alles, alles beeinflusst. Also, danke. Danke, dass du, ja wirklich du, das jetzt gerade hörst. Ich nehme das total persönlich. Indem du das hörst, schenkst du mir das Kostbarste, was du überhaupt hast, deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mir durch dieses Vertrauen und den Respekt, den du dem Podcast entgegenbringst, mich wiederum herausforderst, mein Bestes zu geben und zu leben. Und letztendlich ist meine einmonatige Rückzugsreise auch ein Ergebnis dessen, weil ich mir zuhöre und einfach weiß, genau den Rat würde ich anderen Menschen in meiner Umgebung geben, wenn sie in der Situation wären, wie ich. Ich führe ein glückliches Leben, ich führe ein erfolgreiches Leben. Ich bin in diesem Jahr 50 geworden und es stimmen ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und gleichzeitig habe ich gerade das Bedürfnis, zum Beginn meiner zweiten Lebenshälfte nochmal ganz bewusst innezuhalten und mich zu fragen, was ich wirklich, wirklich will. So was von all dem, was ich zum Beispiel in meiner Arbeit weitergebe oder womit ich mich generell in meinem Leben beschäftige, ist essentiell, ist wesentlich für meine Seele. Und was davon ist Spielerei? Ich habe das Gefühl, diese ersten 50 Jahre waren so eine richtige Einladung, ganz, ganz viel zu spielen und viele, viele Fehler zu machen. Und ich habe das genossen. Ich bin auch oft auf die Fresse geflogen, aber ich habe das genossen. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, mich zu konzentrieren. Ich möchte wirklich nur noch meiner Seele dienen. Ich möchte am Ende dieses Lebens sagen können, ich habe dieser Seele, Feit, alles gegeben, was sie braucht, um erfüllt leben zu können. Und ich forme jetzt schon darauf, alles, was ich in dieser Reise erfahren werde, auch alles, was ich loslassen werde, dann ab Januar mit dir zu teilen. Übrigens, du brauchst keine Angst zu haben, du musst nicht auf den Zug gehen. Wir haben natürlich Podcast-Episoden vorbereitet. Dich erwarten noch einige richtig schöne Überraschungen, besonders jetzt im Dezember, gerade am Ende des Jahres, rund um Weihnachten. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Wir haben auch richtig tolle Gäste hier im Studio gehabt, deren Interviews ich dir vorstellen werde. Gut, sorry, das war jetzt ein bisschen länger, aber es war mir wichtig. Und es passt wunderbar zu dieser einen Frage, die ich heute mit dir teilen möchte. Schau, für mich sind Fragen das, wirklich das Mittel, um diesen Geist, diesen Schöpfergeist, der uns beiden anvertraut worden ist, zu nutzen, um ihn wach zu kitzeln, um ihn in die richtige Richtung zu lenken. Und für mich besteht die Kunst eines guten Lebens nicht darin, die besten Antworten zu finden, sondern die besten Fragen. Und ich habe mich vor kurzem mal gefragt von den, sagen wir mal, zehn Lieblingsfragen, die ich in meinem Leben habe, die den größten Unterschied in meinem Leben und in dem meiner Klienten bewirkt haben, wenn ich nur eine einzige aussuchen dürfte. Welche wäre das? Und hier kommt sie. Was willst du wirklich, wirklich? Schau, wir alle haben natürlich rund um die Uhr ganz, ganz viele kleine und große Wünsche. Und wenn du mal ehrlich hinschaust, ganz, ganz viel von dem, was du willst und was du nicht willst, beschäftigt dich einfach. Es hält dich rund um die Uhr beschäftigt. Und deswegen finde ich es so spannend, mal ruhig alle Wünsche, auch alle Anti-Wünsche, also das, was du nicht willst, aufzuschreiben und dann nochmal tiefer zu gehen mit der Frage, was davon will ich wirklich, wirklich? Oder wie es einer meiner Lehrer mal ausgedrückt hat, der hat mich wirklich auf den Boden gesetzt, indem er mir direkt in die Augen geschaut hat und mich gefragt hat, Veit, wenn es diese eine Sache gäbe, diese eine Sache, die dir Gott oder das Universum oder das Leben, wie auch immer du das nennst, garantieren würde für dieses Leben und du müsstest dafür alles andere hergeben, was wäre das? So, wofür bist du heute, morgen wirklich aufgestanden? So, weshalb machst du das alles? So, all das, was du dir im Laufe eines Tages reinziehst an Herausforderungen, an Pflichten, aber auch an Ablenkung. So, was ist zum Beispiel dein wirklich tiefster Grund, diesen Podcast zu hören? Schau, ich bin überzeugt davon, dass wenn du genau weißt, was du jetzt beim Lauschen dieser Worte wirklich, wirklich willst, also wofür deine stärkste Sehnsucht pocht, dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm groß, dass du die Antwort in den Worten oder in den Lücken zwischen den Worten finden wirst. Was genau genau ist es, was du in deinem Leben suchst. Und ich weiß, damit kann man natürlich auch manchmal in so einen wunden Punkt reinpiksen. Gerade dann, wenn wir schwimmen, wenn wir tausend Fäden in unserer Hand halten und das Gefühl haben, keiner davon zieht so richtig an. Doch gerade dann, wenn wir vielleicht versucht sind, dieser Frage aus dem Weg zu gehen, gerade dann sollten wir mit dieser Frage schwanger gehen. Du musst die Antwort nicht sofort finden, aber gib der Frage eine Chance, tiefer zu sinken, dein Herz zu berühren, in deinem Geist nachzuklingen. Ich bin überzeugt davon, dass alles um dich herum deine Mitmenschen, deine Arbeit, ja, auch wenn es esoterisch klingt, das gesamte Universum auf dich schaut und dich fragt, was willst du wirklich, wirklich? So, wenn du diesen Podcast hörst, ist dir mittlerweile klar, hey, es geht nicht nur um pures Überleben. Es geht auch nicht nur darum, permanent mehr Leistung zu bringen, Erfolge zu brechen, Kohle anzusammeln auf dem Konto, in der Karriereleiter aufzusteigen. Wenn du das jetzt gerade hörst, behaupte ich, du bist bereits mit der Sinnfrage infiziert. Du weißt, dass du die Antwort finden musst und wenn du glücklich bist, hast du sie bereits gefunden. Alles um dich herum lauscht dieser Antwort. Das nächste mag seltsam klingen, wenn du mich noch nicht kennst. Aber es basiert auf so vielen Erfahrungen, auf so vielen wundersamen Momenten, die ich erlebt habe oder die ich bei meinen Klienten beobachtet habe. Ich gehe zutiefst davon aus, dass die Existenz dich liebt. Dass dieses Leben bereit ist, dir deinen heiligsten Wunsch zu erfüllen. aber dafür muss alles um dich herum wissen, was du wirklich, wirklich willst. So gibt es für dich eine Sache oder vielleicht ein paar wenige Sachen, von denen du sagst, die sind für dich heilig. Heilig im Sinne von die machen dich ganz. Du spürst, die haben etwas mit der Mission deines Lebens zu tun. Gibt es etwas, eine Sache, einen ganz bestimmten Wert, eine ganz bestimmte Erfahrung, wofür du im Ernstfall alles andere opfern würdest? Und kannst du diese eine Sache benennen? Und wenn du darüber sprichst, kannst du das auch spüren? Bist du bereit, von dieser einen Sache durchdringen zu lassen, nehmen zu lassen, führen zu lassen? Schau, wir haben alle so viele verschiedene Schichten in unserem Geist, aber das wirkliche Leben, das interessiert sich nicht die Bohne für deine oberflächlich dahin plätschernden Gedankenwellen, die erzählen, ich will gern das und ich sollte gern das und vielleicht das und eigentlich das. Das Leben interessiert sich für dein innerstes Wollen. So, was ist deine tiefste Absicht? Was bringt dein Mark wirklich zum Beben? Ist keine komplizierte Sache, hat nichts damit zu tun, viel darüber nachzudenken, es hat eher etwas damit zu tun, deinem Herzen zu vertrauen und die Antwort einfach jetzt hochploppen zu lassen. So, stell dir für einen Augenblick vor, du bist ein Gefäß, ein Gefäß des Lebens und du leerst dieses Gefäß für einen Moment von all diesen banalen menschlichen Ängsten, Vorlieben, Begehren, Kalkulationen, die wir alle haben. So, stell dir vor, du stehst für einen Augenblick frei oben auf dem Berg einer Seele. Du wirst ganz still, du wirst ganz leer und dann lässt du dich füllen, du lässt dich vom Leben füllen mit deinem existenziellen Anliegen, mit dem, wofür deine Seele gekommen ist. Du bist, was diese Antwort betrifft, niemanden einer Rechenschaft schuldig. Du bist einzigartig. Du musst dich mit niemandem um dich herum vergleichen, auch nicht mit irgendetwas, was du in Büchern gelesen hast. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es im Leben eines jeden Menschen so etwas gibt, wie den Pfad mit Herzen. Diesen einen Pfad, wenn du den gehst, auch wenn er dich ins Dickicht führt, der dich erfüllt, der dich nicht unbedingt zu einem weltlich schillernden und erfolgreichen Leben führt, aber der dich in der Tiefe erfüllt, der dich stillmacht, der deine Augen leuchten lässt, sodass jeder, der in deine Augen schaut, weiß, dieser Mensch ist von seinem eigenen Mysterium gefunden und geöffnet und geöffnet worden. So werde zu dem, wonach du dich sehnst. Hör auf zu falschen. Werde zu einem Gebet. Stell dir vor, dass Leben die Ultimative, uns bis ins Mark herausfordernder und gleichzeitig über alle Maßen beschenkende geliebt ist. Wenn du mit jeder Faser deines Seins weißt, was du wirklich, wirklich willst, dann wird dir das Leben diesen Wunsch erfüllen. Solange du die Antwort aber nicht kennst, wird dich das Leben deiner Unklarheit gnadenlos spüren lassen. Es wird dich herumirren lassen. Es wird dich anecken lassen. Es wird dich in Beziehungen führen, die dich anöden, die immer wieder zu Missverständnissen führen. Es wird dir Arbeitsplätze bescheren, bei denen du vielleicht sogar Erfolg hast und dennoch unerfüllt bleibst. Bis du im Dschungel all dieser Herausforderungen und Ablenkungen stehen bleibst, alle Werkzeuge, alle Spielsachen aus der Hand legst und dich endlich mutig der Fragen aller Fragen stellst. was wirst du Mensch in diesem Leben wirklich wirklich und egal wie alt du bist, es ist niemals zu spät, dich auf die Suche nach der Antwort zu begeben. Du musst doch nicht das Wie wissen, du musst den Weg nicht wissen. Diese Antwort wirkt wie ein Leuchtturm in dir. Wenn sie dich findet, hast du ein leuchtendes Zentrum in jedem Sturm deines Lebens. Dich von dieser Antwort finden zu lassen und dich von ihr erfüllen zu lassen, das lässt dich, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, wenn der Zeitpunkt irgendwann gekommen ist, auch in Frieden sterben. Dieses Leben ist so kostbar und es ist so schnell vorbei. Nimm es ganz persönlich, nicht in einem hungrigen Ego-Sinn, sondern nimm es persönlich auf einer Seelenebene. Sieh dein ganzes Leben als einen großen Test. Kein Test im Sinne von, dass es darum geht, alles richtig zu machen, immer unschuldig, moralisch sauber zu bleiben. Ein Test, der dich fragt, was will deine Seele? Was ist deine wahre Absicht? Ein Test, der dich dazu auffordert, alles aus deinem Leben loszulassen, was nicht deiner wahren Absicht dient. Unter diesen trivialen und flüchtigen Befindlichkeiten unseres kleinen Ichs lodert in uns allen ein reiner, mächtiger Funke Unendlichkeit. und hoffentlich hast du das schon erfahren, in einem Moment der Meditation, in einem Moment der Hingabe, in einem Augenblick von wirklich erfüllten Sex, wenn alles in dir ganz still wird und plötzlich bist du frei, frei und weit. So das bist du und gleichzeitig so viel mehr. Wenn du herausfindest, wofür dein inneres Feuer wirklich brennt, dann vereint sich deine heilige horizontale Sehnsucht, also das, was du in dieser Welt alles erreichen möchtest, mit dem vertikalen Willen der Evolution, mit dem immer, immer weiter vorandringen in die Unendlichkeit deines eigenen Bewusstseins. Und du kannst dir das bildlich vorstellen, deine persönliche Kraft und die des Universums werden eins, im Mittelpunkt eines unsichtbaren Kreuzes. das Kreuz als Symbol ist viel, viel älter als das Christentum und er stand ursprünglich nicht für Leiden, sondern für Befreiung. Es steht für die Möglichkeit des Menschenkindes, den Schlaf des Kleingeistes abzustreifen und in der Würde einer Wachenseele aufzuwachen. So wenn du das nächste Mal ein Kreuz siehst, schau genau hin und dann wirst du einen Adler erkennen, der seine Flügel weit ausbreitet. Wunder, also das, was unser rationaler Geist als Wunder versteht, geschehen immer dann, wenn sich dein persönlicher Wille mit dem Willen des Ganzen vereint. Denn dann wirst du durch eine unbegrenzte, unpersönliche, freie Kraft gespeist und unterstützt. Und sie wird dir zeigen, nicht nur einmal, sondern immer wieder, dass du zu viel, viel mehr in der Lage bist, als du zu glauben vermagst. Das waren jetzt mehrere Perspektiven auf die eine Frage, die den Unterschied macht. Was ist das eine, das du so, so sehr liebst, mit jeder Faser deines Seins? Und bist du bereit, dich dazu voll zu bekennen? Glaub mir, das macht den Unterschied. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Danke, dass du hier bist und danke, dass du das hörst. Kennst du schon Humodea? Hier erwarten dich viele Inspirationen. Ab dem 20. 12. laden wir dich ein im Kurs Peacemaker die Kunst der Vollendung und Vergebung gemeinsam mit Veit dein Leben von seelischen Altlasten zu befreien, um erleichtert neu zu beginnen. Am 11. 1. 2020 wecken wir gemeinsam mit Magic Life die Magie in deinem Leben. Verwandle 2020 in das erstaunlichste Jahr deines Lebens und sei bei diesem Kurs dabei. Wir freuen uns auf dich und alle Infos findest du unten in der Beschreibung. Deine Vielen Dank.